Seid ihr herzlich willkommen! Eine aktuelle Liebesorakel. Bei diesem Orakel stellen wir die drei wichtigsten Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zum Buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Seinen Gedanken sehen wir in der Mitte hier oben und unten. Hier erscheint ein reiches Mädchen. Das kann jemand in seiner Umgebung sein, eine wohlhabende Frau, kann aber in deiner Umgebung sein oder dass du wohlhabend bist, muss aber vorsichtig sein, weil hier liegt ein Diebstahl. Dieser Dieb möchte etwas wegnehmen von diesem Wohlstand. Dieser Wohlstand kann auch, dieser Reichtum, ein innerer Reichtum auch bedeuten, Wertschätzung. Und weil dieser Dieb das entfernt, bedeutet, das fehlt etwas. Entweder, weil er zu wenig Wertschätzung gegeben hat oder er hat die Erwartungen, dass du entgegenkommst und zeigst, wie wichtig er für dich ist und kommt Wertschätzung und das kommt nicht. Trotzdem muss vorsichtig sein, weil dieser Dieb kann tatsächlich ein Diebstahl auch bedeuten. Seinen Gefühlen sehen wir hier, die weibliche Hauptperson und die männliche Hauptperson symbolisiert dich und ihn und er gehört zusammen. Er ist auf dem Weg zu dir und er plant die Zukunft gemeinsam mit dir und das langfristig. Was wird er tun? Was wird er tun? Das sehen wir hier, du hast Erwartungen und möchtest Gewinn oder Wertschätzung. Aber diese Haltung kann auch sein, er hat diese Erwartung auch. Aber hier erscheint eine falsche Frau und das kann wirklich um Finanzen handeln, um Gewinn und Wohlstand. Und hier ist dieser Diebstahl und dieser Dieb ist wahrscheinlich diese falsche Frau. Also muss jetzt auf die Geld achten oder aufpassen im Arbeitsplatz. Hier handelt es sich in erster Linie um Werten um Geld zum Beispiel, aber kann auch bedeuten, diese falsche Frau nützt dich aus, weil sie raubt deine Zeit oder deine Kraft. Und hier handelt es sich auch um seine Schritte. Entweder er hat das durchgeschaut und warnt dich oder kann auch bedeuten, dass diese falsche Frau und dieser Diebstahl bei ihm passiert und er erzählt darüber. Und jetzt schauen wir an, was die Karten noch erzählen. Dieser Herr symbolisiert ihn genauso wie hier auch. Also er trifft Entscheidungen und er hat diesen Diebstahl schon durchgeschaut. Diese Angelegenheit, dieser Diebstahl kommt in Öffentlichkeit. Dieser Blumenstrauß bedeutet deine Schönheit, dein guter Geschmack, deine Kreativität, aber bedeutet auch, dass er plant dir etwas schenken. Die Lilien zeigen reinen Gefühlen oder reinen Gedanken, bedeutet auch, dass er auf dem Weg zu dir ist, möchte mit dir treffen und möchte ein Geschenk überreichen. Denn außerdem, er hat den Wunsch, mit dir etwas klären, etwas bereinigen, vielleicht über diese falsche Person reden. Dieser Diebstahl, diese falsche Person kann in deiner Umgebung sein oder kann auch in seiner Umgebung sein. Und er berichtet darüber, er ist unschuldig, er hat Verlust oder gibt eine falsche Person und will Geld von ihm. Das Kind kann die Kinder auch bedeuten, aber zeigen sein jugendliches Aussehen, zeigen auch sein Unschuld oder die Neuigkeiten. Er ist auf dem Weg und berichtet über diese Neuigkeiten, was gerade so passiert mit diesem Verlust und Diebstahl. Hier sehen wir auch Verlust, weil dort, wo die Mäuse erscheinen, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Also liegt die Diebstahl da und liegt auch Verlust da und auch nochmal eine falsche Person, wahrscheinlich eine Frau. Dieser Ring zeigt Verbindungen. Entweder handelt es sich um seine Ex-Frau und sie möchte Geld oder du hast Kontakten hier mit einer falschen Frau. Oder dieser Ring kann bedeuten, jemand kehrt zurück von Vergangenheit, dass du diese falsche Frau kennst von früher. Oder was dieser Ring noch bedeuten kann, ein Vertrag. Und dieser Vertrag führt zum Verlust. Die Wolken zeigen Unklarheiten oder die Zeit, halbes Jahr, dass jemand oder etwas kehrt zurück in dein Leben, was du vor halbes Jahr erlebt hast. Sein Gegenwart, Mond bedeutet Mutter, Mütterlichkeit, Fürsorglichkeit, aber auch seine Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Oder er ahnt diese Geheimnisse, was spielt hier ab im Hintergrund. Ein Diebstahl kann sogar sein, ihr beide erlebt das. Dein Gegenwart bekommst du eine wichtige Nachricht oder dieser Brief kann ein Vertrag auch sein, was dieser Ring auch symbolisieren kann. Aber etwas ist undurchschaubar und führt zum Verlust. Ich mache das gerade ein bisschen. So. Und das war diese allgemeine Legung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendere Eure Dendere Untertitelung des ZDF, 2020